Hi und herzlich willkommen zur Folge 19 des Mindful Upgrade Podcasts. Mein Name ist Robin und heute präsentiere ich dir eine kurze Update-Folge und nehme dich mit in die wahrscheinlich transformierendste Phase meines Lebens. Es fing mit einer kraftvollen Zeremonie am Wochenende an und jetzt stehe ich kurz vor meinem Trip nach Berlin. Dort geht es nämlich zum DNX Festival, der digitalen Nomadenkonferenz. Außerdem stelle ich dir heute eines meiner bislang größten Projekte vor. Was das genau für ein Projekt ist und wie ich es geschafft habe, es in kurzer Zeit produktiv zu verwirklichen und umzusetzen, erfährst du in dieser Episode. Also mach dich bereit für ein Update mit tollen Erkenntnissen, Motivation und Productivity-Hacking. Hör dir die Folge auf jeden Fall auch bis zum Schluss ein, denn da wartet noch ein attraktiver Gewinn auf dich. Die Shownotes findest du wie immer unter www.mindful-upgrade.ch slash Folge 19. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Update. Herzlich Willkommen bei Mindful Upgrade Podcast. Dein Podcast für ein proaktives und selbstbestimmtes Leben. Lerne, wie du mit Plant-Based Biohacking und Primal Body Practice auf natürliche Weise dein Energielevel steigerst, mehr Fokus kreierst sowie körperlich und mental fitter wirst. Es warten interessante Themen und spannende Gäste auf dich, um dir zu zeigen, wie du ein unerschütterliches Skillset aufbaust, welches dir mehr Freiheit, Gesundheit und Power gibt. Aktiviere also jetzt dein Flow-State und werde selbst zum Biohacktivisten mit einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Hey Biohacktivist, ich hoffe es geht dir gut. Herzlich Willkommen bei dieser Folge. Mir geht es auf jeden Fall gut, denn ich habe aktuell eine richtig bewegte Zeit. Es fing mit einem, ja, einem sehr kraftvollen Ritual jetzt am Wochenende an. Natja und ich waren nämlich bei einer Ayahuasca-Zeremonie mit drei Schamanen. Und ja, die Vorbereitung war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir haben wie immer eine Diät eingehalten, eine strikte. Wir haben auf Kaffee verzichtet, auf Salz verzichtet und auf gewisse Lebensmittel wie Avocado und Bananen sogar, was einfach wichtig ist, um den Körper halt optimal vorzubereiten zur Einnahme der Medizin und dass sie auch richtig wirken kann. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin immer noch ganz geflasht. Ich habe ja auch die Woche vorher viel mit Mapacho gearbeitet, also schamanischem Tabak, habe häufig geraucht, eine starke Intention gesetzt für die Zeremonie. Und ja, und ich glaube, es hat auch wirklich was gebracht, obwohl es am Anfang gar nicht so aussah. Wir sind nämlich angekommen. Es war wirklich an einem sehr natürlichen Ort, wo es nicht unbedingt leicht ist, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch hinzukommen. Und ja, Swiss Summer-like hat es natürlich richtig geschifft. Es hat richtig geregnet. Und wo wir da am Bahnhof angekommen sind, haben wir uns einfach so zwei Regenponchos gekauft am Kiosk. Und dann haben wir versucht, ja, den Ort zu finden, was sich als sehr schwierig darstellte. Wir haben irgendwie dann eine Dreiviertelstunde gebraucht und waren total durchnässt. Also jedenfalls unsere Schuhe und Socken. Und haben auch zwischenzeitlich schon gedacht, nein, komm, wir gehen wieder und scheiß drauf. Ja, gut sind wir trotzdem gegangen und haben es dann im Endeffekt auch gefunden. Danach ging es los. Wir haben, ja, Mappacho geraucht, haben ein bisschen eingeraucht quasi für die Zeremonie. Und ja, wir waren, glaube ich, ungefähr sechs Teilnehmer. Das ist ein wunderschönes Haus, mitten in der Natur, oben im Dachgeschoss. Ja, dann ging es auch los. Wir haben die Medizin eingenommen. Und die erste Stunde habe ich gedacht, was ist hier los? Ich spüre ja absolut nichts, ey. Und die Schamanen haben dann schon nach einer halben Stunde angefangen, Icarus zu singen. Also diese heiligen Gesänge halt, die dich auch, ja, mit denen sie halt auch arbeiten und mit denen sie in der geistigen Welt halt auch eine Connection herstellen. Und ich habe einfach nichts gespürt. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, komm, ich trinke jetzt einfach noch ein zweites Mal. und ja, habe zu einer Schamanin gesagt, ja, ich nehme noch einen Schluck. Und dann ging es auf einmal los. Dann hat auf einmal die Medizin angefangen zu wirken und ich wusste nicht mehr, wo vorne und hinten, oben und unten ist. Es war richtig heftig. Es war eine Lektion auf jeden Fall für mich, die da hieß Geduld. Und es war ein krasses Erkenntnis. Die Medizin hat mir einfach gezeigt, du bist viel zu ungeduldig und du bist viel zu gestresst und du willst immer gleich alles sofort. Und dadurch hat die mich in einen richtig tiefen Prozess gezogen. Die Schamanin hat sogar am Ende gesagt, sie wollte mit dem Glas, mit der Medizin zu mir kommen, aber sie ist gar nicht an mich rangekommen. Und das hat mir auch gezeigt halt, wie es wirklich darauf ausgelegt war, dass ich diese Lektion lerne. Und danach kam es halt zu einer richtig heftigen Reinigung bei mir. Ich habe sehr viele Erkenntnisse gehabt, konnte sehr viel loslassen, habe sehr viel erbrochen. Und ja, Teil 2 gab es dann auch hintenrum. Und ja, es war eine sehr tiefe Reinigung. Und ja, ich bin immer noch ganz geflasht. Ich habe sehr viel lernen können in dieser kurzen Zeit und bin wieder mal dankbar, dass ich mit dieser Energie, mit dieser Pflanze halt arbeiten konnte. Weil, ja, es ist einfach wunderschön. Auch die schamanischen Gesänge, die Icaros, die mich wirklich noch tiefer in die Erfahrung reingeführt haben. Teilweise sogar so, dass es recht unangenehm war. Ein Schamane saß halt direkt neben mir. Und seine Icaros, die waren so krass. Die sind wirklich durch Mark und Bein gegangen, kann man sagen. Und ja, haben mir auch geholfen, Sachen loszulassen, zu erbrechen und mich zu reinigen. Ja, schon der ganze Prozess halt dahin hat damit zu tun gehabt. Also der Weg durch den Regen und wie schlecht gelaunt war. Und ja, die ganze Zeit eigentlich in Vergangenheit und Zukunft gedacht habe, aber gar nicht im Jetzt war. Und das war auf jeden Fall auch eine richtig heftige Lektion. Danach, wie immer, ging es mir wirklich gut. Ich habe mich sehr befreit gefühlt, sehr bewusst. Es hält teilweise immer noch an, dieses Gefühl. Und sie wirkt auch noch nach. Ich spüre das. Ja, und das war natürlich eine Top-Vorbereitung für meinen Trip, der jetzt kommt. Und zwar gehe ich nach Berlin. Ja, ich habe Urlaub quasi. Also jedenfalls ist es so auf Arbeit deklariert. Aber es ist nicht wirklich Urlaub. Natürlich werde ich auch richtig coole Zeit in Berlin haben, werde die Sonne genießen, werde die vegane Restaurantkultur genießen und mit coolen Leuten abhängen. Aber eigentlich bin ich dort, um zu arbeiten, um an mir zu arbeiten, um am Podcast zu arbeiten, an dem Business, was dahinter steckt. Und das war auf jeden Fall richtig krass, weil das DNX-Festival ist eine der größten Konferenzen, wenn nicht sogar die größte, glaube ich, für digitale Nomaden. Und sie findet jedes Jahr in Berlin statt. Und ja, der Markus Meurer und die Feli Haargarten, die sind die Gründer, die Founder. Und die haben da schon so ein richtiges Festival drumherum aufgebaut. Deswegen fahre ich auch die ganze Woche von Mittwoch bis Mittwoch. Da geht es nämlich los mit Pre-Events. Wie, ich kann euch das ja mal schnell zeigen. Da geht es nämlich dann los mit Pre-Events, wie zum Beispiel, ja, vielen Meetups, Open-Air-Meetups auf dem Raw-Gelände oder im Babylon-Kino gibt es dann schon mal eine kleine Einstimmung. Danach gibt es ein DNX-Dinner-Meetup. Und ja, geht es auch weiter dann am Freitag. Da treffe ich mich dann auch noch mit meinem Team vom Digitalen Nomaden-Podcast, wo ich ja auch Mitglied bin beziehungsweise Teammitglied. und da treffen wir uns dann auch noch mal und tauschen uns aus. Und das ganze Festival ist halt wirklich sehr wichtig, auch diesen Shift mal zu machen, von online zu offline. Den Menschen, mit denen ich arbeite, in die Augen zu schauen und mir Input zu holen von Vorbildern und Speakern. und am Samstag ist dann, ja genau, das habe ich noch vergessen, am Freitag gehen Nadja und ich, Nadja kommt dann auch am Donnerstag nach, auf eine Explorer-Tour, eine Green Explorer-Kiez-Tour heißt das, Green Me Berlin. Und da gehen wir halt durch Berlin und die Claudi aus der DNX-Community, die zeigt uns dann richtig coole, nachhaltige Projekte, Helden der grünen Szene und ja, wir leben Berlin dann mal abseits des Mainstreams und schauen quasi hinter die Kulissen kreativer grüner Läden und Grassroots-Projekte. Und da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. So gibt es auch vegane Food-Tastings und ja, also das wird auf jeden Fall richtig cool. Da bin ich richtig gespannt, was da auf uns wartet. Und ja, und danach gehen wir dann auch nochmal essen mit dem Team vom Digitalen Nomaden Podcast in eine vegane Pizzeria. Ja, also in Berlin lasse ich auf jeden Fall auch alle Ernährungsroutinen los erstmal. Natürlich immer noch sehr gesund, aber ich möchte einfach so die vegane Szene der Hauptstadt auch mal richtig erleben. Wir haben richtig coole, roh-vegane Restaurants rausgesucht. Nadja und ich, wir haben uns wirklich einen Plan gemacht, wann wir in welche Restaurants gehen und ja, und uns auch zu inspirieren zu lassen von der Küche dort und wie die Leute vegan oder auch roh kochen. Das interessiert uns natürlich sehr und ja, wo gibt es einen besseren Ort als Berlin dafür? Ja, Samstag geht es dann zum Main Event und da sind wirklich richtig krasse Speaker am Start, wie zum Beispiel Laura Marlina Seiler, Sebastian Kühn, Bahail, Maas und Jeffrey Kastenmüller, Robert Gladitz, Alexander Hartmann, sehr, sehr viele und da lassen wir uns auf jeden Fall richtig inspirieren und danach gibt es dann noch so eine kleine Networking Party und für mich geht es dann Sonntag noch an den Workshop-Tag, den habe ich dazu gebucht und da gibt es unterschiedliche Workshops zum Thema Business, Digitals, Nomadentum und auch wie man passives Einkommen zum Beispiel generiert, Kryptowährungen, wie man seine Produktivität heckt, über Ernährung gibt es auch noch Workshops, also wirklich, ich weiß noch gar nicht, wie ich das alles machen soll, also alle kann ich ja nicht angucken, deswegen muss ich ganz genau wissen, welche Workshops ich dort besuche und welche mich halt zur Zeit oder welche für mich am wichtigsten sind zur Zeit an dem Punkt, an dem ich stehe im Business und ja, am Sonntag ist das dann auch schon vorbei, das Ganze, obwohl nicht ganz, ich habe nämlich einen Fehler gemacht und zwar habe ich den Flug, den Rückflug zu spät gebucht, und mir ist das erst zu spät aufgefallen und ja, konnte den natürlich nicht mehr kostenfrei stornieren und da habe ich gedacht, okay, jetzt soll es halt so sein, dann bleibe ich halt noch in Berlin und dann gehe ich am Montag zur Awesome People Talentschmiedeparty, das ist ja vom Robert Gladitz, der hatte die Awesome People Konferenz gegründet und da gibt es dann auch noch mal eine kleine, so ein kleines Abschluss-Event seines letzten Projekts mit verschiedenen Speakern und einem Dinner am Abend und ja, für mich ist das natürlich auch sehr interessant, da noch mal richtig coole Leute kennenzulernen und mich zu connecten natürlich. Ja, und vielleicht denn sogar mein neuestes Projekt vorzustellen, denn im Intro habe ich schon erwähnt, die letzten zwei Monate habe ich an einem meiner größten Projekte gearbeitet. Und jetzt Trommelwirbel, ich habe ein Buch geschrieben und zack, wieder etwas von der Bucketlist gestrichen. Es heißt, wie sollte es auch anderes sein, Biohacking, dein natürlicher Performance-Guide für mehr Fokus, Energie und Achtsamkeit. Wie der Name schon sagt, ist es mehr als nur ein weiteres Buch über persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und Selbstoptimierung. Vielmehr ist es ein Handbuch, eine Bedienungsanleitung zu einem gesunden und selbstbestimmten Leben, welches dich und deine Seele auf natürliche Weise nähern und wachsen lassen soll. Ich nehme dich mit in mein Leben und zeige dir, wie ich es geschafft habe, meinen Geist, meinen Körper achtsam und auf eine ursprüngliche Art zu optimieren, ohne den Spaß am Weg zu verlieren. Ja, ich schreibe über sehr viele Sachen. Ich schreibe zum Beispiel darüber, wie ich starke Gewohnheiten in mein Leben gezogen habe und mir so meinen Alltag zurückgeholt habe und wirklich Proaktivität also Proaktivität mehr in mein Leben integriert habe. Es ist ein Performance-Guide voller Biohacks, Tools und Tricks für mehr Willenskraft, Disziplin, Fokus und Energie. In nur zwei Monaten habe ich dieses Buch geschrieben mit ca. 40.000 Wörtern und je nachdem, wie das jetzt ist, wenn wir das in Taschenbuchform pressen, wird es wahrscheinlich zwischen 150 und 200 Seiten sein. Du fragst dich jetzt vielleicht, hey, wie hat er das gemacht in zwei Monaten? Und die Antwort ist einfach, erstens tägliche Practice und zweitens, ich habe es in den letzten zwei Monaten wirklich zu meinem One-Thing gemacht. Wochenlang bin ich fast jeden Tag 5 Uhr aufgestanden und habe meine ganze Morgenroutine ausgerichtet auf Buchschreiben und ja, ich glaube, sonst habe ich nur noch meditiert und ab und zu ein bisschen Sport gemacht, aber die Morgenroutine, so wie ich sie sonst mache, so zwischen anderthalb und zwei Stunden, habe ich vollkommen losgelassen und habe mich zwei bis vier Stunden hinter den Laptop gesetzt und die Finger in die Tasten gehauen. Ich habe mir außerdem an jeden Tag Zeiten geblockt, wo ich effektiv nur am Buch geschrieben habe und dann hieß es einfach Kopfhörer auf, Brainwaves drauf und durchschreiben. Ich habe mir anfangs dann eine Gliederung überlegt und die einzelnen Kapitel aufgeschrieben, so wie es für mich Sinn macht und dann habe ich mir ausgerechnet, okay, wie viele Kapitel muss ich jetzt pro Tag oder pro Woche schreiben, damit ich es schaffe, vor der DNx das Ding abzuliefern und ich bin so pannt und so stolz, dass es jetzt wahrscheinlich wirklich sogar klappt, dass ich bei der DNx in der Hand halte und wenn nicht, das E-Book auf jeden Fall und ja, wahrscheinlich wird es jetzt diese oder nächste Woche rauskommen. Ich bin so richtig aufgeregt und ja, die letzten Tage habe ich mit Nadja das ganze Buch nochmal Korrektur gelesen, auch hier nochmal Danke an Nadja, dass sie das gemacht hat, das ist nicht selbstverständlich und sie hat auf jeden Fall auch sehr viele Rechtschreibfehler nochmal entlauft von mir und ja, nun wird das E-Book und die Taschenbuchversion in den nächsten Tagen fertiggestellt. Dieser Prozess hat mir auf jeden Fall gezeigt, was alles mit reiner Willenskraft und reiner produktiven Herangehensweise in kurzer Zeit möglich ist und ich durfte auch durch das Schreiben sehr viel über mich und meine Arbeit nochmal lernen. Ich habe das wie alles nochmal reflektiert und bin in gewisse Sachen noch tiefer reingegangen und auch durch die Recherche natürlich und das hat allein schon das Schreiben des Buches hat unfassbaren Mehrwert für mich gebracht. Ja, wenn du jetzt genauso heiß bist auf das Biohacking-Buch wie ich, dann verrate ich dir jetzt die nächsten Schritte und sage dir sogar, wie du eins der begehrten Erstexemplare gewinnen kannst. Gehe jetzt auf den Link in den Shownotes und komme in meine Mindful Upgrade Biohacking-Community auf Facebook oder gehe auf meine Facebook-Seite Robin Stolberg Mindful Upgrade findest du auch den Link in den Shownotes. Dort gibt es einen fixierten Post des Buchcovers ab sofort. Like diesen Post und schreibe einen Kommentar darunter. Unter allen Kommentaren und unter dem jeweiligen Post in der Gruppe und auf der Seite verlose ich eine E-Book-Version des Performance Guides. Also, liken und Kommentar schreiben. Die Links zur Gruppe und zur Facebook-Seite findest du natürlich in den Shownotes unter www.mindful-upgrade.ch slash Folge 19 Ich wünsche dir hiermit viel Glück bei der Verlosung und freue mich auf deinen Kommentar. Morgen früh geht mein Flieger nach Berlin um 8. Also, wenn du in Berlin bist und Bock hast, dich mit mir zu treffen, dann schreib mir auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir uns auch auf der DNX und sonst wünsche ich dir einen sonnigen Tag. Bis bald, dein Biohacktivist. 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 Bis bald, dein Biohacktivist.